Hi und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für Money, Mindset und den Weg in ein cooles und geniales Business. Ich bin Dr. Mareike Bruns, Money, Mindset und Business Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen und freue mich wieder riesig, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Ihr Lieben, heute gibt es mal so eine ganz andere Podcast-Folge als sonst. Und zwar habe ich mir ein Feedback von meinen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern zu Herzen genommen, die eine ganz bestimmte Meditation von mir in vielen Kursen immer, immer wieder hören. Also die habe ich schon ganz, ganz lange drin in verschiedenen Packages oder Kursen oder sowas. Und da kriege ich immer das Feedback, Mareike, mit dem Ding starte ich jeden Tag in meinen Tag. Und mit dem Ding kriege ich immer sofort so einen anderen Dreh und so eine andere Energie rein. Und das habe ich mir für den Podcast heute zu Herzen und als Inspiration genommen und euch eine ähnliche Message hier aufgenommen, eine Money-Power-Message. Die könnt ihr zum Start in den Tag anhören, immer mal wieder zwischendrin anhören, immer dann, wenn es sich gerade richtig anfühlt. Und bin super gespannt, wie euch das Format hier gefällt. Also hatten wir ja so noch nie und egal, wo ihr mir folgt, Insta, Facebook, LinkedIn oder sonst wo, lasst mich gerne mal wissen, wie euch diese Folge und dieses Format hier gefallen hat. Also das würde mich echt interessieren. Ich freue mich auf alle eure Nachrichten dazu und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören damit. Es gibt noch eine kleine Info vorweg. Es kam letzte Woche die Frage auf, ob man den Glitzer-Flitzer-Kurs auch wieder als reine Online-Kurs-Option buchen kann. Und die Option habe ich euch dafür sehr, sehr gerne freigeschaltet. Könnt ihr jetzt auch als Online-Kurs buchen. Und für alle Leute, die gerne journalen, die kommen in diesem Kurs mega auf ihre Kosten. Also als Online-Kurs wird es so aufgebaut sein, ihr habt sechs Module, also sechs Videos. Zu diesen Videos gibt es immer ein Journal-Booklet. Und wer gerne am Strand mit mehr journalt oder irgendwie in der Stadt bei einem schönen Kaffee oder sowas und im Sommer draußen sitzt und gerne gezielte Fragestellungen bearbeitet, zum Thema Energy of Money machen wir. Zum Thema Let the Universe do her money thing, Kontrolle loslassen, solche Geschichten. Zum Thema, wie komme ich jetzt in diesen Kreatörinnen-Modus und wie gestalte ich auch diesen Sommer, dass er so richtig, richtig cool wird. Alle die sind genau in diesem Kurs richtig aufgehoben und den Link dazu findet ihr in den Shownotes, ihr Lieben. Wer sich unsicher ist, welches Package oder welches Produkt gerade das Richtige für ihn oder für sie ist, er bucht sich einfach einen kostenlosen Beratungstermin bei mir unter Calendly. Da kann man mich auch einfach mal kennenlernen, wenn man möchte. Und auch den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen hier zu deiner Money Power Message. Ich freue mich riesig, dass du hier eingeschaltet hast und dass du Ja zu dir sagst. Ja zu dir, zu deinen Zielen, zu deinen Träumen und dass du jeden Tag aufs Neue für deine Träume und Ziele losgehst. Ich freue mich riesig, dass du jetzt in dieser Power-Nachricht deine Energie auflädst, dass du mit jedem Wort, was du hier jetzt hörst, deine Zellen mit positiver Energie, mit Freude, mit Glitzer, mit Power füllst und jetzt gestärkt und mit einem absoluten Flow durch deinen Tag gehst. Denn du weißt, dass das Universum an deiner Seite ist. Du weißt, dass du immer alle Hilfe bekommst, die du jetzt gerade brauchst, um deine Ziele und deine Träume zu erreichen. Und du weißt, dass du niemals alleine bist, denn du bist immer geführt und geleitet vom Universum. Und mit genau dem Gefühl gehst du jetzt in diese Money Power Message. Und dafür atme einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und nochmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und bei der nächsten Einatmung stellst du dir vor, wie frische und positive Energie deinen ganzen Körper durchströmt. Und mit der Ausatmung alles, was gerade schwer und belastend ist, einfach aus deinem Körper wieder ausweicht. Und jetzt versetzt du dich mit deinem unendlichen Bewusstsein, deinem ganzen Sein, deinen Gedanken, deinen Gefühlen in deinen Traumzustand. Du siehst, wie dein Business mit Leichtigkeit läuft und floriert. Du siehst dich als die Person, die du sein willst. Du fühlst alle diese Gefühle, die du fühlen willst, in Zukunft schon jetzt. Du siehst dich als die Unternehmerin, der Unternehmer, die der so gewachsen ist und all diese Ergebnisse dieses Traumzustandes mit Leichtigkeit und Coolness erreicht hat. Du siehst dich auf der Straße laufen, als ein zufriedener Mensch, eine unfassbar zufriedene Person. Du siehst dich mit einem Strahlen, mit Schönheit, mit Freude, die von innen kommt, auf der Straße laufen. Und siehst, wie alles zu dir kommt, im Flow, mit Leichtigkeit und mit einer unendlichen Freude. Alles kommt zu dir per reinem Glitzerstaub. Du siehst, wie die Welt um dich herum strahlt und funkelt, weil du aus dir heraus selbst strahlst und funkelst. Du siehst, wie leicht du für dich dein Money-Thema gelöst hast. Du siehst, mit welcher Leichtigkeit Geld in dein Business fließt. Du siehst, mit welcher Leichtigkeit du das Geld-Thema auch angehen kannst und jede Situation immer gekonnt löst. Du siehst dich als die Person, die du in Zukunft sein möchtest, schon jetzt. Die Gefühle, die du fühlst, fühlst du gerade jetzt in deinem Körper. Die Gefühle, die du fühlst, fühlst du gerade so stark, dass sich das, was du gerade eigentlich siehst, total surreal schon anfühlt, weil du so sehr mit diesem Zukunfts-Ich verbunden bist. Du siehst, mit welcher Leichtigkeit alles zu dir fließt und wie du voll und ganz in deinem Business, in deinem Job aufgehst. Du siehst, wie du Menschen magnetisch zu dir anziehst. Du siehst, wie du Kunden magnetisch zu dir anziehst. Und du siehst, welche Heilung in allen Beziehungen deines Lebens vollbracht worden ist. Du siehst diese Heilung und freust dich darüber, dass du solche gesunden Beziehungen führst. Vor allen Dingen die Beziehung zu dir selbst. Du hast die Beziehung zu deiner Familie geheilt, zu deinen Freunden und auch deine Beziehung zu Geld. Es herrscht in diesem Thema Leichtigkeit. Es herrscht Befreitheit. Es herrscht Glücklichsein. Denn du weißt, dass du die Kreaturin und die Schöpferin deines eigenen Lebens bist. Du weißt, dass du der Kreatur und der Schöpfer deines eigenen Lebens bist. Und aus dieser Gewissheit heraus, dass du jede Situation, jedes Bild, jede einzelne Nuance deines Lebens kreieren kannst, gewinnst du eine unfassbare Sicherheit, die dir eine Ausstrahlung und ein absolutes gelassenes und fröhliches Leben gibt. Und du siehst dich jetzt an einem wunderschönen Ort laufen. Einem wunderschönen Ort, den du jetzt gerade in diesem Moment siehst, der deinem Herzen entspringt. Du siehst dich an diesem Ort und spürst und riechst gerade mal alles, was für diesen Ort charakteristisch ist. Du spürst, wie du mit den Füßen an diesem Ort gerade langläufst und spürst, wie genau der Boden, den du jetzt gerade brauchst, der dich nährt, der dir Stabilität gibt, der dir eine Basis gibt, gerade unter deinen Füßen ist. Und wie du auf ihm läufst und wie du einfach nur wahrnehmen kannst mit all deiner Freude, all deinem Sein, dass du getragen bist. Dass du getragen bist vom Universum, dass du getragen bist durchs Leben und dass du keine Angst haben musst. Denn das Leben ist immer für dich und das Universum liebt dich so sehr, dass dein Herz immer mit Liebe gefüllt ist. Und du spürst nochmal diesen Boden, der dich trägt, der dir Gewissheit gibt, der dir Sicherheit gibt in all deinen Themen, all deinen Beziehungen und auch zu deiner Beziehung zu Geld. Denn du bist auf deinem Herzensboden, dem puren Boden deines Seins. Und an diesem Ort spürst du gerade, wie leichter, warmer Rückenwind auf deinem Rücken trifft und wie er dir leichten Flow gibt und dir das Laufen einfach noch leichter macht. Und du spürst, wie an diesem Ort dieser Wind dir natürlichen Antrieb gibt, dir natürliche Motivation gibt und Freude gibt. Du spürst, wie dieser Wind mit so einer Leichtigkeit durch dich fließt, dir Antrieb gibt und dir Freude gibt. Und es ist dein persönlicher, dir innerwohnende Flow, den du jederzeit und immer, immer wieder aktivieren kannst. Und gleichzeitig spürst du jetzt mal diese wundervolle, frische und klare Luft an dir im Herzensort, die du jetzt einatmest. Die dir Energie gibt, die dich immer wieder mit dem präsenten Moment, der so viel Kraft und so viel Schöpferkraft beinhaltet, verbindet. Die dir so viel Macht und so viel Energie gibt, denn du merkst, es ist deine eigene Luft, deine eigene Art, dein eigener Atem. Es ist die Luft deines Herzensortes, die so frisch, so rein und so energiegeladen ist, dass du dich jederzeit mit dieser Luft, mit dieser frischen und wundervollen Energie verbinden kannst. Und so läufst du jetzt durch deinen Herzensort und weißt, dass du beim Thema Money, Business, Beziehung, egal bei was, in diesem Ort auf diese Quellen immer wieder zurückgreifen kannst. Auf dem sicheren Boden, auf dem du gerade läufst. Den sicheren Rückenwind, den du in deinem Rücken spürst und der dir einen natürlichen Flow und Antrieb gibt. Und die Energie aus der Luft, die du gerade atmest, die du gerade spürst und die deinem ganzen Körper durchströmt. Und mit diesem Gefühl, mit dieser Leichtigkeit, mit dieser Fülle, mit dieser Freude, mit diesem Sternenstaub, gehst du jetzt weiter durch deinen Tag. Du spürst, wie dir alles einfach leicht zufließt heute. Wie alles aus genau dieser Energie entsteht. Wie alles aus genau dieser Energie mit Leichtigkeit, Freude und Fluss einfach in dein Leben kommt. Wie alles mit genau dieser Energie dein Leben nur so beflügelt. Und du die ganze Fülle siehst, die Fülle auf deinem Konto, die Fülle in deinen Beziehungen, die Fülle in deinem Business und die Freude, den du Menschen liebst. Weil du die Beziehung zu dir geheilt hast. Weil du mit der Beziehung zu dir und mit dir selbst im Reinen bist. Weil du pure Freude und pures Licht bist. Und bist damit heute eine Bereicherung für jeden Menschen, den du triffst. Und du weißt, dass du geführt bist. Dass du vom Universum getragen bist. Dass du auf deinem persönlichen Herzensboden läufst. Und dass du Licht bist. Und du siehst dich jetzt nochmal als die Unternehmerin. Als der Unternehmer, der du sein willst. Und verbindest dich mit dem Gefühl. Und mit genau diesem Gefühl gehst du jetzt durch den Tag. Und lässt dein Licht scheinen und strahlen. Und damit wünsche ich dir von Herzen das Beste, Schönste und alles, was du dir nur wünschst. Und ich wünsche dir unendlich viel Erfolg. Heute bei allem, was du tust. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen heute. Und sie hat euch Motivation, Kraft und Freude gegeben. Für alle, die gerne genau diese Energie mitnehmen möchten in ihren Sommer. Die melden sich beim Blitzerflitzer an. Jetzt, wie gesagt, auch als Online-Kurs da. Mit wundervollen Journal-Fragen, die man auch ganz toll mit an den Strand nehmen kann. Und da die Energie einfach durch sich durchfließen lassen kann. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt bleibt mir, wie am Ende einer jeden Podcast-Folge, nur zu sagen. Egal, bei welchem Projekt du gerade dran bist. Ich wünsche dir unendlich viel Erfolg dabei. Bleib unbedingt dran. Deine Mareike Deine Mareike Deine Mareike